Musik Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott erhört Gebet, das glauben wir. Unzählige Menschen erzählen uns immer wieder von ihren Erlebnissen mit Gott. Viele dieser Erlebnisse kannst du nachlesen auf unserer Webseite. Das ist ermutigend für jeden. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Hat Gott wirklich gesagt? Dazu gleich mehr. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Wir beten gerne für dich. Kennst du die innere Stimme? Hat Gott wirklich gesagt? Ist das wirklich wahr? Wir lesen in Hebräer 13, Vers 5. Ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Ist das nicht eine Zusage? So viele Zusagen haben wir in der Bibel. Wir nennen es auch Verheißungen. So viel wird uns verheißen in der Bibel. Und dann kennen wir diese und die Stimme sagt, hat Gott wirklich gesagt? Wir nennen das auch Zweifel und Zweifel und Unglaube. Wir wissen, die Bibel ist wahr, aber wir können es uns nicht vorstellen, dass es wahr wird. Hat Gott wirklich gesagt? Ja, Gott hat gesagt. Alles, was in der Bibel steht, hat Gott gesagt. Und es ist wahr und es ist für dich. Und ich möchte dir auch heute sagen, zweifle an deinen Zweifeln. Wirf deine Zweifel über Bord und glaube, was Gott gesagt hat. Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist und Zweifel hat. Hat Gott wirklich gesagt? In guten Zeiten habe ich es ja geglaubt, aber jetzt, wo alles nicht so ganz so gut geht, hat Gott wirklich gesagt? Kennt Gott wirklich mich? Ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen, jeden berührst und ihm ganz klar zeigst, dass du es gesagt hast und es auch tust. Amen. Amen. Folgendes Gebetsanliegen hat uns erreicht. Danke an den Herrn Jesus für diese Möglichkeit, mit euch Kontakt zu bekommen. Leider gibt es hier niemanden, wo ich so deutlich über Jesus reden kann. Mir fehlen Menschen zum Beten. Ich wünsche mir von Herzen, dass ihr für meinen Sohn betet, dass er an allem geheilt wird. Er wurde sehr verletzt. Er ist in meinen Augen ein Wrack. Danke für eure Gebete. Und Jesus, wir danken dir für diese Frau, die uns hier geschrieben hat. Und wir bringen es für deinen Thron. Und ich danke dir, dass du ihr auch Menschen zur Seite stellst, mit denen sie beten kann. Dass sie nicht alleine ist, sondern dass sie Gemeinschaft hat mit Menschen, wo sie beten kann. Vielleicht auch am Telefon oder egal wie. Aber du hast auch da eine Lösung. Und ich danke dir für ihren Sohn, der so verletzt ist. Danke, Jesus, dass du diese Verletzungen heilst in seinem Herzen. Ich danke dir, dass du mit deinem Frieden in sein Herz hineinkommst. Und dass er wirklich alles loslässt, was ihn so verletzt hat. Und wir danke dir, dass du einfach alles umkehrst. Und dass du ihm eine neue Perspektive schenkst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns folgendes Anliegen. Seit einigen Wochen ist es mir immer schwindelig und ich habe Gangstörungen. Nach einem CT der Halswirbelsäule bekam ich den Befund Halswirbel 6 und 7 mit absoluter Spinalkanalstenose. Zudem hochgradige Knöchern vor Rahmenstenosen und so weiter. Ich habe Angst vor einer OP. Bitte betet für mich, der Herr tut immer noch große Wunder. Ja, und das ist wahr. Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Und ich danke dir auch für diesen Mann, der so eine kaputte Wirbelsäule hat oder Knochen hat. Und ich danke dir, dass wir diesen Knochen befehlen dürfen, wieder an den richtigen Platz zu gehen. Und ich danke dir, dass da eine normale Funktion hineinkommt und dass du der Herr bist, auch über Wirbelsäulen. Und dass da diese Kanäle wieder offen sind und dass da alles in seine richtige Funktion kommt. Danke, Jesus, dass du das tun kannst. Und wir glauben das. Und wir danken dir für vollkommene Heilung für diesen Mann im Namen Jesu. Amen. Ja, schreib uns dein Anliegen oder ruf uns jetzt an. Unser Telefon ist geschaltet und die Infos sind eingeblendet. Folgendes Gebetsanliegen auf WhatsApp hat uns erreicht. Ja, das tun wir sehr gerne und danke, Herr. Herr, du kennst jetzt auch diesen wunderbaren Menschen, der verzweifelt ist. Und ich danke dir, Herr, das, was auch Ärzte nicht tun können, wieder Neues zu erschaffen in einem bestehenden Körper. Ich danke dir dafür. Das trauen wir dir zu, weil wir es immer wieder erleben. Und wir bitten dich, Herr, um neue Knobelmasse, um das ganze Schmiermittel und was da alles drumherum ist. Ich danke dir, Herr, dass du wunderbar dieses Knie berührst, heilst und das erneuerst, was zu erneuern ist. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, tu du das große Wunder an diesem Menschen. Danke. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns weiter. Hallo, ich habe ein Gebetsanliegen. Seit längerer Zeit habe ich Darmbeschwerden, was mir ziemlich zu schaffen macht. Dazu kommt noch, dass ich seit circa elf Jahren unter Schlafstörungen leide. Ein weiteres Gebetsanliegen ist, dass Gott mir meine Haare auf dem Kopf wieder wachsen lässt. Danke für eure Gebete. Ja, das klingt ja so richtig nach Rundum-Erneuerung. Und wir wollen beten. Danke, Herr, danke, Herr. Du kennst das mit den Haaren, mit dem Darm und alles von oben bis unten. Und danke, Herr, dass du ein Herr bist, der auch wirklich nicht nur das Physikalische berührst, sondern auch Geist und Seele. Und ich danke dir dafür, dass da auch richtig Frieden reinkommt. Herr, wir befehlen in diesem Körper wieder göttliche Ordnung nach Geist, Seele und Leib. Ich danke dir dafür, Herr. Lass wunderbares geschehen. Und ich danke dir dafür, Herr, danke für komplette Berührung an Geist, Seele und Leib. Amen. Amen. Und Menschen erleben Gottes Eingreifen. Von der Heilungskonferenz erhielten wir folgendes Zeugnis. Lieber Daniel, liebe Isolde, liebe Freunde, mein Mann und ich nahmen am vergangenen Wochenende am ganzen Heilungsseminar teil. Ich war die erwähnte Person mit dem eingeklemmten Nerv. Gott sei Dank, ich durfte ein großes Heilungswunder abholen. Ich bin seither von sehr starken Schmerzen und Krämpfen befreit und kann wieder schlafen. In der Mittagspause erfreute ich mich riesig über Gottes Gunst. Wir konnten ohne anzustehen ruhig einkaufen und verpassten daher nichts vom Heilungsseminar. Kaum verließ ich die Einkaufsfläche vom Discounter, bildete sich draußen eine sehr lange Warteschlange bis zum Parkplatz. Und noch ein drittes Geschenk durfte ich in Anspruch nehmen. Soweit ich mich zurückerinnern kann, litt ich unter eiskalten Händen und Füßen. Jesus befreite mich auch davon und offenbarte mir, dass meine leibliche Mutter mich abtreiben wollte, weil sie aus antisemitischen Gründen vergewaltigt wurde. Sie starb nach meiner Geburt. Sie war eine Jüdin. Ich danke Gott für all meine Heilungsgeschenke und für euren wertvollen Dienst. Ich wünsche euch allen Gottes Schutz und Segen. Das ist wirklich ein wunderbares Eingreifen Gottes. Und auf WhatsApp schreibt uns jemand folgendes. Danke Herr Jesus und danke ihr Lieben. Meinem Bein geht es viel besser. Ich habe am Mittwoch geschrieben. Ich hatte große Schmerzen im Oberschenkel und konnte kaum laufen. Wie wunderbar. Das ist doch richtig toll. Hast auch du etwas Wunderbares erlebt? Vielleicht von Hoffnung um zwölf oder woanders? Lass es uns wissen. Auf unserer WhatsApp Nummer kannst du etwas uns posten oder ein kleines Filmchen aufnehmen. Es würde uns riesig freuen. Ja, der Tipp des Tages heute. Ja, der Zweifel, der kommt oftmals, gerade wenn es klemmt, wenn die Tage nicht so schön sind. Ich sage dir, schau mal auf unserer Webseite. Unter dem Stichwort Gebet findest du auch Gebetserhörungen. So viele Gebetserhörungen. Lies dir ein paar durch und du wirst wieder Mut bekommen zu glauben, dass das, was diese Menschen erlebt haben, du auch erleben wirst. Es ist der gleiche Gott und er hat dieselbe Kraft. Ja, und schick uns einfach deine Anliegen. Und das, was diese Menschen erlebt haben, das kannst du auch erleben. Wir beten gerne für dich. Ich möchte dir heute unseren Gebetsleitfaden empfehlen. Er ist für dich kostenlos. Schreib uns deine Adresse und es wird dir wunderbaren Input geben, wie du noch besser beten kannst. Beispiele zum Beten und wirklich auch etwas, wo du genießen kannst. Bestell ihn einfach bei uns und du wirst es kostenlos bekommen. Ja, und die Zeit ist schon wieder um und wir verabschieden uns von Herzen von dir. Alles Gute. Send uns deinen Response. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei. Schau doch mal vorbei.